Okay, das Maß ist voll. Lass uns schauen, was wir jetzt tun können, um deine Anspannung etwas zu lösen. Wie wäre es mit einem Eiswürfel auf der Haut oder etwas kaltes Wasser? Könnte ein scharfes Kaugummi, saures Weingummi oder ein salziges Lakritz helfen? Möchtest du ein Gummi am Handgelenk fletschen, einen Igelball oder etwas Knete quetschen? Wollen wir zusammen in ein Kissen schlagen oder schreien? Also ich habe hier gerade eins auf der Couch liegen und das schlage ich jetzt mal so richtig rein. Und wenn du willst, dann machst du mit. Und wenn nicht, dann hörst du zu. Und nochmal. Und wenn du willst, noch einmal. Jetzt nehme ich das Kissen und schrei, so laut ich kann, rein. Nochmal. Und nochmal. Und wenn das noch nicht genug war, dann drückst du jetzt auf Pause und machst weiter so lange, bis es genug war. Und so richtig gut hat es geholfen, wenn du jetzt heiser bist. Gleichzeitig finde ich es wichtig, jetzt mal tief durchzuatmen und beim Ausatmen die Anspannung loszulassen, so gut es geht. Gleich noch einmal. Wenn du jetzt niemanden um dich herum störst oder irritierst, kannst du auch kurz etwas fluchen. Na los. Ansonsten konzentrierst du dich weiter aufs Ausatmen. Wenn du magst, sagst du jetzt Menschmeier. Und vielleicht kannst du wie ich dabei ein wenig schmunzeln, weil du vermutlich nie Menschmeier sagst, wenn du angespannt bist. Vielleicht hast du Lust, das Experiment noch etwas weiter zu spielen und packst deine Anspannung jetzt in das Wort Wattebausch. 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 Du kannst es auch langsam sagen. Wattebausch. Vielleicht bringt es dich auch ein bisschen zum Lachen, so wie mich. Es ist okay, wenn dir das etwas komisch vorkommt. Immerhin ist es ungewöhnlich, das Wort Wattebausch mit angespannter Stimmlage zu sagen. Gleichzeitig packt es unsere Anspannung in einen anderen Kontext. Und dieser Perspektivenwechsel kann helfen, die Anspannung zu entschärfen, ohne sie zu ignorieren. Also gleich nochmal. Wattebausch. 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 Spür jetzt mal in deinen Körper hinein und schließe am besten die Augen. Gibt es einen Bereich, der deine Aufmerksamkeit besonders auf sich zieht? Versuch, dort hineinzuatmen und mit der Ausatmung loszulassen. Wenn es dir hilft, kannst du probieren, die Körperstelle bei der Einatmung anzuspannen, kurz zu halten und bei der Ausatmung wieder locker zu lassen. Noch einmal. Gibt es noch eine andere Stelle, in die du jetzt hineinspüren und locker lassen möchtest? Dann los. Drängen sich gerade Gedanken oder Gefühle in deinen Fokus? Schau mal, ob du sie dir als Wolken vorstellen kannst. Wie sehen sie aus? Welche Formen, Farben und Größen haben sie? Gibt es da noch andere Gedanken und Gefühle? Vielleicht kannst du sie ziehen lassen wie die Wolken am Himmel und neugierig beobachten, was als nächstes auftaucht. Bringe deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Schau mal, ob du tief in deinem Bauch atmen kannst und fokussiere den Bereich unter deinem Bauchnabel. Wenn du magst, kannst du dort zu Hilfe deine Hände auflegen und beobachten, ob sie sich bewegen. Löse deine Aufmerksamkeit von deiner Atmung und mach dir bewusst, wo du dich gerade befindest. Lass deine Augen noch geschlossen und stell dir vor, was du sehen wirst, wenn du sie gleich öffnest. Dann öffne deine Augen und schau, ob du etwas siehst, das in deiner Vorstellung nicht vorkam. Wenn du magst, recke und strecke dich, um deinem Körper gezielt Bewegung zu geben. Nimm noch einen gleichmäßigen, langen Atemzug, bevor du in deinen Alltag zurückkehrst. Danke, dass ich dich in diesem Moment begleiten durfte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.